der wxw catch-compry ist gelaufen und leute was war das für ein championship match du warst gerade schon auf dem weg nach hause und hast dir jetzt noch zwei minuten zeit genommen man was ein klasse ding gegen karanois steht 30 zu 0 für dich auch von meiner seite kann man sagen herzlichen glückwunsch marius danke dir was soll ich sagen ja ich hab's voraus gesagt ich bin der der wahrsager hier in diesem business hast du allerdings apropos number one wir haben einen neuen cup holder der ex man hat das ding nach hause geholt wie ist da deine meinung zu ja ich sag mal so es verwundert mich nicht ich war ja auch nicht im turnier auch klar durch dazu sagen ich bin ein bisschen traurig darüber dass ich jetzt nicht mehr mit einer trophy die entrant machen kann wenn ich zu meinen matches gehe das kann der ex man jetzt machen ja was soll ich dir sagen verdient sagen wir mal verdient weil ich war nicht da hast du dich vorher von der trophy noch verabschiedet oder gibst du dir einfach ab und manche den export also wenn er wüsste wo ich die über mit dabei gehabt hat glaube mir der wird die sofort wieder abgeben marius wie gesagt du warst schon auf dem weg nach hause warst schon fast im auto ich will dich jetzt noch nicht länger aufhalten ich wünsche noch einen schönen abend kommt nach hause und leute wir sehen uns